Interessante Gesichter, speziell in der vorderen Reihe. Krass, wie sich Fernsehen verändert. Früher haben sie geschaut, wer vorne und rein sitzt. Ich habe früher mal Musik gemacht. Dann habe ich das Jamaikanische Bobteam gemanagt. Und jetzt mache ich Comedy. Jetzt mache ich Comedy und das ist interessant. Ich habe zwischendrin noch vier Jahre Recht studiert. Recht studiert, weil mit meinem Leben anfangen. Dann habe ich gedacht, warum nicht Comedy? In der Schweiz ist es interessant. Immer wenn du neue Leute kennenzulernen, die erste Frage ist immer, wie heiss es ist. Dann kommt die zweite, dritte Frage, die zweite Frage, von wo du kommst. Und dann die dritte Frage ist, was hast du gelernt? Was schaffst du? Was schaffst du überhaupt? Lebst du von meinem Geld? Ich so, hey. Ganz cool, ja, ich mache Musik. Als ich Musik gemacht habe, die Leute sagen, ah, du machst Musik, also spielst du ein Instrument, dann spielst du was vor euch. Ich so, nein, keine Lust, also spielst du kein Instrument. Aha, du singst, äh, sing was vor euch. Ich so, nein, ich sing nicht vor. Leute, wenn du immer das, was vor machst. Ich so, ich rapp. Ah, du rappst, dann rapp was vor. Ich so, nein, keine Lust. Und jetzt, als ich Comedy mache, ist es genau gleich so, hey, Kiko, ah, du machst Comedy? Schon, ah, cool, ähm, bring mich zum Lachen, erzähl mir einen Witz. Ich so, keine Lust. Darum, wenn ich neue Leute kennenzulernen, wenn ich irgendwo neu dazukomme, dann fragen sie mich, Kiko, was machst du? Ich so, ich, ähm, ich bin Gynäkologe. Niemand. Ich brauche nur drei Stühle. Spontanabstrich, gefährlichste. Aber das sind halt die Missverständnisse. Ich habe es bei mir auch gemerkt, also, je besser mein Deutsch geworden ist, zum Beispiel, hatte ich mehr Missverständnis mit Kollegen von mir, die nicht so gut Deutsch können, oder? Der eine Kollege von mir macht beim Reden zum Beispiel immer Flüchtigkeitsfehler. Also, er ist geflüchtet und macht Fehler. Und die Leute sagen, hey, Bro, kannst du eins trinken? Nein, sorry, ich habe nicht. Ich so, du noch mal, komm eins trinken? Nein, ich habe wirklich nicht. Ich so, nur kurz, Herr. Nein, Kiko, ich habe nicht den Absuch. Weisst du, das ist der Bruder von meinem Vater und der ist wie ein Onkel für mich. Ich so, ja, du hast recht. Da würde ich auch zu Hause bleiben. Und wir sind am Hocken miteinander diskutieren. Ich frage den Kollegen, hey, was war dein erstes Fahrzeug? Er so, ich habe einen Renault Clio gehabt. Der zweite, du? Er, ich? VW Golf. Und der dritte? Er, ich? SLK? Ich so, was? Dein erstes Auto? Mercedes SLK? Er, nein, wohl nicht. Du, dann habe ich einen Esel gehabt. Ich so. Aha. Nein, das passiert mir immer wieder. Ich mit meinem Bruder letztes Jahr eine Tankstelle, schnell rein die Maske holen. Ich laufe raus, fahre die BMW hin, der Typ ruft von Weitem etwas. Er, oh, ist es offen? Ich so, hm? Ich gehe nachher an er, ist es offen? Ich habe es nicht gehört nachher. Ich so, bro, sorry, er. Ist es offen? Ich so, ah, sorry, ich habe kein Albanisch. Er, oh, isch, gop, offen. Ich so, ha? Ich so, ha, 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 ha. So, danke schön. Das war es von mir. Mein Name ist Giko, wir sehen uns später wieder, danke schön.